Vorab, ich bin ein synthetisches Video, basierend auf künstlicher Intelligenz der führenden Digital Marketing Plattform OMKB. Ich arbeite noch im Lernmodus. Julia Kliezing ist seit 2021 Head of Digital bei Burger King und seit fast drei Jahren mittlerweile bei dem Fast Food Riesen aktiv. Ihre Aufgaben umfassen das strategische und operative Management aller Digital Sales Channel, wie beispielsweise der App, CRM-Aktivitäten, Delivery und die Entwicklung eurer digitalen Strategie. Sie war bei HelloFresh als Projektmanager Direct Sales und Head of Rider Management Germany and Austria bei Fodora. Das Thema Delivery scheint ihr auf jeden Fall ans Herz gewachsen zu sein. Sie hat einen Bachelor von der Tourismus Management Hochschule Harz und spricht Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch.